Musik Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, die Austritt in Neusiedel, wie sehen Sie das? In Wahrheit ist aus der Stadt Neusiedel niemand ausgetreten. Es sind fünf Mitglieder, die im Vorstand behandelt wurden und erst die Rückmeldung der Bezirksparteien kommt und danach werden sie erst aufgenommen. Aber aus der Stadt Neusiedel direkt sind keine Mitglieder ausgetreten, die hier genannt wurden, aus Andau, Breitenbrunn, Zuhundorf und so weiter. Laut unserer Ekonomie und E-Mails, was hat man von unseren Zuschauern bekommen, heißt das im Südburgerland gibt es auch Bresel mit einer gewissen Obfrau-Pillar. Wie sehen Sie, was ist da von Bresel? Wissen Sie was? Mir ist das Thema nicht so bekannt, aber selbstverständlich muss man sich darüber annehmen. Ich weiß jetzt nicht direkt die Thematik, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man darüber redet. Wir werden sowieso unsere Café-Tratsch-Serie, Interview haben wir, werden wir bis dann die richtige Antwort kriegen? Ich hoffe schon, ja. Ich werde mich schlau machen und werde selbstverständlich dann sofort diesbezüglich eine Stellung dabei abgeben. Das ist okay, danke schön. Bitte schön. Musik Musik Musik